Ich vergrüß mich, mit OECI zusammen zu arbeiten. Es hat mir viel Spaß gemacht mit Ihnen diskutieren, über viele Themen. Ich mag OECI sehr. Ich hoffe, das ist Nichte. So, in Anbank, in Anbank, da ist Lamm-Arbank. So, ich freue mich, dass wir heute hier sind und wieder zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist ein sehr, sehr wunderbarer Memor. Ja. Es ist die beste Sabbatik I've ever getan. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und das ist ein sehr guter Verteilnis für sein Projekt. Wir arbeiten mit Ihnen weiter und sehen Sie in der Import-Industrie, in der Import-Industrie, in der Import-Industrie. Und auch sehen Sie die Schule, die Deutschland zu den Toppen und den Toppen der Welt zu sehen. Nachdem wir vielleicht noch ein paar Studenten können, dass wir ein Studenten arbeiten können. Wir haben eine Studenten arbeiten bei Apple und Intel. So, some of them become manager already, so probably they will come here, it's a family, so we'll come here for, you know, you guys to communicate for about anything about the ISA Design or anything about the career. Anybody come to the U.S. will come first, stop by me. Alex will be the first. I will show you around and literally experience the culture of the U.S. university, and also possibly with our tech university. I appreciate you have a great leader. Just bring us the foster to you again. Thank you so much for providing this opportunity for me. I think we have just had a dream. Absolutely. No way to go together. Yeah. Absolutely. So, very appreciate it. We met Vardin like 10 years before, like when she worked in the Intel, right, in Düsseldorf, right? Yes. In Düsseldorf, yeah, like that. Thank you. Thank you so much. We're working continue together. Awesome. Wonderful. All right. Come on. Okay, so quickly, so you guys don't come too late to the... That's fine. That's fine. It's not that far away. Okay.